Der kommt hier drin raus, oder? Ja. Aber das zählt noch als deine Jagd. Ich weiß es nicht. Nein. Hab ich ein Glück. Was? Das glaubt mir eh keiner. Das muss ich als Videoclip speichern. Ich bin in den Schwank gehüpft in meiner Verzweiflung, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und der macht den Schwank neben mir auf. Cool.